Eine ziemlich schräge Familie zu Besuch im Wiener Leo, dem letzten erfreulichen Operntheater. Die virtuosen Fratelli d'Italia. Unsere musikalischen Lehrmeister sind Al Pacino, Al Capone, Frank Sinatra und so weiter. Ich bin die Tante Christine. Ich habe dir die Post gebracht von der Familie. Ah, Familie. Ich bin die dritte von der Post. Leichter Salern und schmalt die Gäste. Ich bin die Cousine aus Kolumbien und kann nur sagen, die Fratelli sind ziemlich verrückt, aber sehr begabt. Die Fratelli d'Italia sind die Söhne einer Varieté-Pianistin. Unsere Familie ist ziemlich groß. Das Mittagessen dauert bis 5 Uhr, weil beim Tisch nur 10 Leute Platz haben. Der Vater meines Bruders Hugo war ein deutscher Offizier namens Herbert von Durr. Ich heiße Bruno. Mein Papa ist ein neapolitanischer Fischer. Unsere Mama liebt zwar die Männer, aber sie hat uns alle als Töchter aufgezogen, damit wir nicht in den Krieg müssen. Und weil wir immer mit ihrem Varieté aufgetreten sind, haben wir heute ein riesiges weibliches Repertoire. Können Sie mir noch folgen? Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Die sind ja wirklich großartig. Im August kommen wir wieder. Schon eingeschoben. Naja, so wie bei den Gruselfilmen. Die Rückkehr.